Ach neue Kiste Ja, was heißt neu, die ist auch schon bald, ne? Ich meine Angebotskiste Hör, bei mir ist grad voll komisch Shaper, Shaper the winner, the wine Hey, die Anti-Match-Waffen will ich haben Waffen? Ja, geht Hat das Original glänzten mehr, irgendwie Bei dem ist das auch, wenn du eigentlich drauf gehst Ich muss gucken, ob du bei dem bist Ich hab den Vergleich angeschaut Da glänzt, das Original glänzt da so schön Reflektiert so, das Licht Robert, du Horst, drück auf bereit Was willst du eigentlich? Schlag dich gleich Jetzt geht's los Und welcher Platz bist du bei den Mods? Ich hab gehört, die haben viele reingelassen Keine Ahnung, ich hab nicht geguckt Guck mal nach, ich glaub Wahrscheinlich komm ich da eh wieder nicht rein, weil wieder irgendwas Was nicht wichtig ist Na selbst schuld, ne? Er geht doch bei MSN Leo hatte auch voll die Probleme, da musste ich für ihn in sein E-Mail reingehen Carrie Carrie Lady, ist er bindet? Carrie Carrie Lady, ne 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 Ahaha, jetzt komm ich mit feier Ai für 65 Robert, bei meiner E-Mail war das so, ich gehe ja nie in die E-Mail, nur ich habe das gebraucht für die heilis Haftstorm Wie kenn ich? Boom, Fade 2, Anti milch ich bekomme bis jetzt noch gar keinen der leckte ich bekomme Razer wie geil ist das denn von mir die Lina Putsch boah guck mal wen wir haben Rikki Draw Ranger Alter Schwede ich muss Kurier kaufen Alter Alters Brötchen mehr sag ich nicht guck mal meine geilen Haare an meine Anime Haare von Draw Ranger so Cat Style Alter leckt das bei euch auch so? Nein Scheiße Oh mein Loser Was leckt hier so? Dein Arsch Aber wenn ich nicht spielen kann dann Alter und was geh ich mit der ey? Wer geht eigentlich in die Mitte? Ich ne? Oder Draw very well Ich geh dann mit dir hoch Leo Oh neee Bieg dich Nein meine geilen Haare von Draw Ranger mit den Katzen aus Wer geht bei dir in die Mitte? Ich glaube Spectra Oder Silencer Silencer wahrscheinlich Alter guck mal wie Draw Ranger läuft Läuft wie so ein Tier Ja ist ja auch eine Katze Mh 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 Schakers Boss Geh direkt in den Katzen Ahahahahahahahaa Schaker bitte Wohl kaum Junge überpiss dich Oh, Unsichtbarkeit. Ey, der ist der dumm Kopf, alter, ganz ehrlich, ey. Wenn der verreckt, alter, ich sache ihn einzugehen. Ich habe mich eigentlich auf die Mitte vorbereitet. Was heißt? Ich habe mir Schuhe gekauft. Ha, unten zwei Carries. Ah, was? Was? Ja. Ja, und da wird der Schäcker auch schon gleich wieder von dem Scheiß. Ja, der Schäcker wird jetzt richtig schön. Ja, alter. Mies, 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 mies. Oh, Spectre. Bei mir ist Gandalf. Was? Drei oben, ey. Geil, Trial, ey, da können wir hier hin und... Ja, mach mich kaputt, du Drecksgeflöte. Drecksgeflöte. Komm, direkt mit ihren Skills, toll. Komma hoch lieber. Echt mal. Mach mal ein bisschen eh nur. Unnötig gelassen. Riki schafft es auch alleine. Ja. Man kann auch swappen, ne? Very well. Schütt. Habe ich dir das gestern gesagt, oder der, äh, du? Achso, ne, weil ich wusste, dass ich gestern jemand gesagt habe, ob ich oder vorgekommen bin. Na, da haben die doch gespielt. Und da hast du im Chat gesagt, man kann swappen und die suchen. Get the fuck out in my lane, was? Sie sollen sich auspissen. Was wollen die hier, sag mal. Ey, da sind wir alle. Ja, das ist wie cool, ey. Da muss man so Ansage am Lassen. Jo, 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 jo. Das Esel, Jo, Seth. Guck mal, wie er da nur wartet, dieser kleine hästliche Ball, ey. Okay, meine Mieders geht, wie es noch 15. Minute kommt. Autsch. Wir haben Gandalf erst mal richtig schön verjagt, hier. Gandalf, ey, Gandalf ist bei uns. Gandalf ist hier oben, Mensch. Bei dir ist Dumbledore. Dumbledore und Gandalf sind doch alles dieselben, ey. Alter. Wie schnell ist diese Schwucht, eigentlich? Ganz ehrlich, ey, hat noch nicht mal Schuhe und rennt hier bereits, wie man wird 500 km an durch die Gegend, oder was? Oh, jetzt geht's ab, ey. Geh weg, geh rechts, geh rechts. Agreed. Verraten, Schupp, Alter. Schuss, Schupp, Report, Schupp. Ach, noch ein Report-Shop. Also, nicht vergessen, Wurak, wenn du stirbst, bist du während der Woche. Da hab ich mir fast vergessen. Oh, stimmt, ich will zum Tango, Leo. Ja, ich meine, Heating, Cypher, Elf, Och, Me, ist schon ein paar Wände. Immer ein, gut. Oh, ich will Razor behalten, ey. Geh mal zu Roshan, wenn du dann stirbst, dann kannst du... Ich weiß, da krieg ich auch ein Alter drin, aber dann haben wir schon einen Punkt weg. Nein, nein, behältst du für immer Razor, auch wenn du stirbst. Probier mal aus. Ach so. Was ist gelesen, oder was? Verarscht. Oder auch schon probiert. Verarscht. Du hast doch gerade gesagt, du willst unbedingt Razor behalten. Dann wärst du ja wie Storm, man hätte einen neuen bekommen. Hättest du das bei Dennis gemacht, ne? Der wird danach heulen. Also, wenn ich ihn so verarschen würde. X Storm X, ey. Ist ja ein perverse, oder was? Ey, die 10 Creeps, ey. Ich würde am liebsten Wortsetzen, aber... Ich hab Angst. Dann bist du tot. Actually Land ist doch gar nicht mal so blöd, ne? Ja, doch. Wenn jetzt einer von denen stirbt und ein level-lastigen Held-Kuh kommt, dann ist er nur Level 3. Kleine hässige Kuh, die stirbt, ey. Lol. R-Shaker, was machst du da? Guck mal R-Shaker an! Was hat er da gemacht? Eingesperrt, oder was? Oh, ich... Ich will sterben. Oh! Nein! Hilf mir! Denk ich, ich geb's nicht mehr. Äh, mich auch. Gandalf wurde gerade eliminiert. Ich bin's auch nicht mehr. Gut, wen krieg ich? Oh, ihr seid zu großartig. Da hat jemand Rubik, Undein und... Undein und, äh... Gandalf wird gerade respawned. Zu... Oh! Lister, grüßig! Lister, grüßig! Das ist doch die Leicht. Mein Gott, jetzt komm auch nur noch, noch mal du tud pulchlich. Not what's proper! Leon und Nina. Beide ulti. ist nicht gleich. Was du lest da? Was du lest da? in der Klinik Mann ich bin Lolo 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 Lüttemberg an der Engel und toter hässlicher Buster Alchemist auch daran hat die Gruppe die Gäste Rieck erfreit aber das ist eine Karte nicht bekommen mehr der macht die versuchen das morgen weil der stinker hat in die probleme nur noch dieser jahr fehlt der unglaublich so richtig ist ganz gut soll er mal schön bleiben ein baston er ist tot können und wenn du bist du ein Leinemann ist wenn man sich schon wir haben ja richtig geiler die und sind bereit wenn wir passen sich zu meinen die so muss halt dass sie und was geht Anteigen ist allein... Wollen wir den holen, Leo? Ja, stimmt. Your middle tower is under attack! Autsch! Was macht ihr da unten? The enemy has a bone to pick with your middle tower! Jetzt kommt der Agen! Eigentlich müsste er sich mit seiner Flasche erstmal selber in die Luft gejagt. Echt also? Ja, ich wäre schneller als er! Oh, Rubik ist hier! Jetzt wollen Sie es wissen! Oh, Rubik ist hier! Oh, jetzt sind wir nur einmal gestorben besetzt! Nee! Ich habe mich aber geopfert! Guck mal, wie viele wir gekillt haben! Robert, du Loser! Durch mein Opfer haben wir viele gekillt haben! Wir dafür haben die aber noch zu profitieren! Ich bin tot! Ich bin tot! Und der Husker! Ich bin tot! Husky Husky! mein alter schmackt schmackt die in die zurecht es ist so ein weißt du so ein Helden der am richtigen Bämmer jetzt will ich hier ob ich es unsichtbar vorerst schäcker kerry verhandlungslos Zulada und Titan Du hast das neu gemacht, spielst du keinen anderen mehr, so fangst, lass den Solange Ja, solange habe ich den nicht mehr gespielt, überleg mal Seit diesem neuen großen Update, ne? Zulada ist nicht so neuer Tag, ich spiel den nie Ich hab den noch nie gespielt, selbst im Botmodus hab ich den noch nicht gespielt, ey Wenn ich glück, dass du den hast Du kannst den auch bekommen, ne? Nein, danke Alter, rennen wir zu zweit hier mit Zulada rum, oder was? Alter, zu dritt sind die rum, logischer Ey, die machen immer noch Trilade, sind die schwul, Mann? Ach ja, Leute Ja, ja Voller Blitz Blitzberger, ne? Hm, aber richtig Titan, da hast du, dein Lieblingsheld Ja Kraken, Typ Was läuft jetzt hier rum, Mirana? Da ist Wie du willst Wie du willst Wie du willst Ahhhh Wohne, der Unsichtbarkeit Was macht die da? Okay, jetzt ist vorbei Gash Ach ja, Seilin Gash, Seilin Ich glaube, ich komme mal nach oben ganken, weil hier ist nämlich Unsichtbarkeit und so Und Rikki kommt auch noch um, ich glaube, wir machen gleicher Dauder Oh, oh, oh Ich glaube, wir verlieren Wir verlieren? Wir konnten sagen, ob wir verlieren Wir mussten Kämme von denen nur einmal töten und dann kann es um Supporter werden, der ist Nutzlos Und wer ist der Carry von denen? Huska 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 und Natu Prophet Kämme in dem Moment Rikki Nein, 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 er will mich, nein Oh Gott Greift an, wir kommen es auch hier Man, das ist unsichtbar Wie die Geier, ey Ja komm, gleich bin ich Level 6, wartet noch bisschen Ich kann nicht mehr lange warten, man, nun ist gleich weg Ja, okay, los Angreif' Angreif' Ja, verpiss' dich, kleine Muschi Ich hab' dir gepumst Heilige Scheiße, 10 Minuten nie das Aber genau 10 Minuten Keine Sekunde drunter, keine drüber Hä? Wo kommt Extrum her? Ach, Mirana's krepiert Your middle tower is under attack I leave no Ja I leave no I leave no I leave no Ja I leave no I leave no Ja Für Rikki, jeder has Rikki umglaubt Aber Rikki kommt voll auf, denn es hat auch Rikki direkt als Erste Yo Was macht der da? The enemy has a bone to pick with your middle tower Hey, Huska Was, der liegt noch? Was kann's nicht heißen? Scheiß drauf Ja, ich hab' ihn auch noch gekriegt Rache aus dem Tod Ich brauch' Mana, Leo, warum musst du keinen Mana, warum musst du keine Schuhe, du Penner? Ich brauch' keine Schuhe Ach scheiß, was bin ich denn jetzt, ey? Und Degen, man Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt bekommt er Io Oh 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 Jetzt kommt der Pro-Hooker Nummer 1 Was? Nein, hock' keinen Mana mehr Your bottom tower is under attack Leo, man Der Super-Hooker 2000, Alter Und dann noch mit Legs, jawoll, Alter Report Was, sag' ich mir gesilenced Was, sag' ich mir gesilenced Was, sag' ich mir gesilenced? Leck' nicht Los Nein Ich sag's doch, Alter, ich kann mit dem nicht spielen, Alter Der Pro-Hooker Nummer 1 Jetzt bin ich bewusstlos, äh Wie bewusstlos? Nee, doch nicht Ich dachte wegen diesem Schleim von... Der ist... Ich kann da voll jemanden ranziehen, eigentlich Aber jetzt find' ich da... Ach, Tupupet, ey Der hat Midas, der Wichser Bitte? Könnt' ihr mal? Ich komme Uh, kilakilakilakila Oh, Gott Oh, Gott Ich glaub' es nicht Are you kidding? Und der verballert sich bei seinem Äh, du weißt ja, wie das am Ende ist, ne? Also, wenn wir zum Beispiel null Leben haben Aber noch alle Leben, es geht noch weiter Aber wenn du stirbst, respawnst du einfach nicht mehr Ja, ja, ich weiß Das hat Robert mir schon erklärt Ja, aber Robert weiß man ja nie Aufhörer Ihr habt immer was gegen mich, ey Ich hab keinen Mana mehr und niemand hat Mana Schuhe, ne? Ja, braucht man auch nicht Ja, toll, ich als Patsch eigentlich Mann, ich brauch' Blinkdecker oder sowas Komm mal hoch an deinen Töten, der tut saubt immer meine Stärke Ich hab keinen Opfer mehr Kann nur noch rumstinken, das war's Rumstinken? Hast du noch nicht Level 6, oder was? Doch Schalt deine Schuhe auf Mana, du Honk, du Oh, jetzt kann ich da meinen Hook einsetzen Ja, siehste Mysteriöserweise, was macht der da oben eigentlich? Der sneakt ab hier Der soll sich Dagen holen, man Ja, der tut sich ist tot Ugo Mato Ach, kann ich nicht nur angeln Awww zar electrisch Escob Ohg auch mal der Ahme Der wird jetzt... Er weiß nicht, was ihm blüht. Ex, der macht irgendwas falsch jetzt. Nee, dann... Alter, was hat Riki denn bitte für Damage gemacht? Hat der schon Rapier oder was? Na! Der hat... Orp of Venom. Kein Wunder. Ja, das hat er schon vom Anfang an gehabt. Beste Eidon. Jetzt, oh, ey, bitte. Damit haben wir Gandalf keinen Schnittblatt gemacht. Ax is glad that your bottom tower is not Ax is problem. Sollen wir auch mit dir gehen und Schum kaputt machen? Da, hier. Ich weiß, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es ist. Ax is glad that your bottom tower is not Ax is problem. Ey, du Stück Scheiße. Was macht ihr da rum? Geh weg da! Geh weg! Mach doch nicht. Dein bottom tower is under attack. Ich, ich bin weg, ne? Ich geh nicht weg. Ich geh nicht weg. Ich stirb jetzt. Ich stirb jetzt. Ich stirb jetzt. Ich stirb jetzt. Your bottom tower is under attack. Ich komm weg. Ich komm noch weg, Alter. Boah, Riki, ne. Po. Richtig an Po ist das. Oh, Junge, Junge. Wenn die Gegner zu blöd sind, einmal das zu kaufen, einmal Riki zu töten. Das ist die eigene Schuld. Das ist die eigene Schuld. Eigentlich hätte mich noch diese, äh, Wasser, Wasser Bitch, diese Meerjungfrau da eigentlich fesseln können, ne? Vielleicht hat sie das gemacht? Hätte das abgebrochen oder wäre sie tot? Ja. War zu glücklich. Monster lag. Wer ist dieser schwule Fisch hier? Robert. Blub. Blub. Sag ich doch. Ja, das ging nicht. Ja, wieso? Ihr mobbt immer nur mich, mobbt euch nie gegenseitig. Schon mal aufgefallen? Ja, macht doch Spaß. Ja, ja. Ja, da staunst du, ne? Ex, geht drauf. Ne, ich hab nur nicht gesehen, was du jetzt gemacht hast. Ich hab ihn von Ohmutter gezogen, vom Berg. Stand er da oder wo? Ja. Voll der Pro. Stell dich mal da unten hin. Warum? Achso, ja. Ja, jetzt sehen sie dich jetzt, ne? Ja, Quatsch. Die sind immer so schlau, ne? Ja, Quatsch. Die hab ich gesehen, wie ich nach unten gehe, aber nicht, wie ich jetzt nach da so reingehe. Boah, Alter. Du musst sie aber sofort fressen, weil sonst macht ihre Ulti. Also, versau das. Fressen? Sofort fressen. Nein. Ich hab keinen Mana mehr fürs Fressen. Schalt dich ab, ey. Jetzt weiß ich nicht, wer der echte ist. Ist ja weg hier. Boah, Alter. Das Team hat seine eigene Top-Tower. Und jetzt hab ich einen Umhander für Ulti und Haken. Oh, 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 oh. Das Team hat seine eigene Top-Tower. Oh, Gott, ist Dedication. Oh, das ist Dedication! Oh, das ist Dedication! Los, holt ihr den, holt ihr den! Ihr müsst nix, holt ihr den! Ne, jetzt haut ab. Oh, ne, nicht nix. Oh, ne, nix. Oh, du musst es ja noch unbedingt sagen, ey! Bloß ich nix, bloß ich nix, bloß ich nix. Schnell versteckt euch hinter dem Baum. Meinst du, sie sehen mich hier? Ne. Hinter dem Baum. Ja! Ich kann jetzt auch gut hucken, wenn du vor mir stehst. Wir sind beide voll die Fettsäcke irgendwie. Du mit deiner fetten Muschel aufm Kopf, aufm Rücken bist du sogar noch größer als nicht. Unser ganzes Team ist auch Fettsäcke. Ey, da ist Silencer, hoch geh'n! Ja, ich hab'n! Ja, ha, 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 ha! Ich gelass'n! Oh, ma, wir sind so fett! Wir verspercken den Weg! Ha, 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 ha! Dass du Dinge sehen! Wir sind solche fett Klöße. Weißt du, was? Ich scheiß drauf. Ich hab' einfach gehuckt! Scheiß, egal wo ich dich treffe! Ja, ich muss zurück, ich hab'n nix mehr! ja Patsch macht's ja erst zwei Hux war richtig gut war Patsch Legende ich bin der Neu Dandy ja genau ja Riki ist richtig nice die sollen immer töten und gespannt wird er war noch mit seinen Null Kills mit Null Downs besser oder was will nix machen der kann niemand von uns töten wir sind alle Stärkehelden außer natürlich Riki aber Slug kriegt gerade aus Maulen Tötet Riki hier Riki ist was war das gerade wo kommt denn er mein Schlag war da ich mache ich habe mich an der Unterhaltung ganz normal ich stand ihn die BIN 5 Hits kriegt nur ein Mensch ein Wäscherler betrugt gehen rot gegen ich will jetzt mal ein und machen wie wär's wenn jemand Kursi Upgrade ich habe seit neunzehn Minuten mal am Standort jahre meiner er hat ein Gammelkurier will auch kein Abwehr bester Kursier nenn ich bin ein das lag haben die Guck mal, wen die haben, und ich war zämpchen. Die kleine Muschie haut ab, die kleine Muschie haut ab! Ich komme von oben! Und ich kann ihn nicht hucken wie den scheiß Creeps. Alter, du Hure! Mach ihn, mach ihn langsam! Warte! Da, die schwule Rauchwolke! Du bist so ein Problem! Robert! Hey, wo ist der? Er läuft zum Tor, ist der von Lebenspunkte. Er ist hier ein Baumdanschen drunter. Baumdanschen, genau. Baumdanschen, genau. We're at the top. Und ich packe auch. Komm, jetzt gib mir ein guten Hähn, nicht so ein Stück Scheiße wie Bane. kein einziges Mal meine Ultien ja mann Queen of Bitch Queen of Bitch irgendwie ist hier keiner mehr in der Mitte wir sind Fetties nein McDonalds was so wild was der für Items holt Diffusal Blade jetzt kriegt der Jacky Rohrer so pass auf und die Scherz die Patschmask auf Mendes ja mein und sich Parkett gedeckt nein dann ihn mal mit einer Ulti geh drauf man oh blubber ja für einen doch nicht bitte ja für die Event ein Kill ist ein Kill hast du eigentlich deine Ulti schon benutzt? jetzt kommen sie gleich alle dir mit jetzt muss er aufpassen Gott Wollt haben wir die Annetz und dass die Geräte und 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 wenn kriegt er das kann in der es ist er zu tun die Fusel Pröleitung die Fusel das Fusel Blade Du mit deinem hässlichen Bart, ey. Hallo, das ist, äh, chinesischer Restaurant hier. Sing-Shang-Shong, ne? Die Züße. Ich meine, die da wohnen so nix, ne? Wirklich, ich geh jetzt nur auf nix, ich tötte den. Ey, die haben so viele unsichtbare Helden, irgendwie. So, jetzt warten wir einfach hier. Buraki, du spielst Opfer. Ja, ist klar. Du mach erstmal deine Ultimator. Bist du da behindert, Leute? Boah, knapp, Alter. Was passiert da gerade? Boah, Mega-Seption! Nein, nix, müsst ihr dücken. Gesehen, Alter, so muss man Ultis einsetzen. Ja, sagt er. Stell dir vor, ich hätte irgendwas... Z-Team! Bin, Tonner, geil. Natürlich haben wir die anderen Schuld, weißt du. Der Buraki ist schuld. Der Buraki ist schuld. Sagt er im öffentlichen Chat. Oh, ja, gesehen, wie ich ausgewichen bin. Schade, wenn ich dir den gekriegt hätte. Gesehen, wie ich es versucht habe, den Risa zu dir. Das hätte ich machen können, mein Strahl reicht nicht so weit. Doppel Damage, wer will. Oh, wenn ich eine Flasche hätte, gerne. Ja, mir bringt das jetzt nichts. Ach, mal zu mir. Ne, hol du dir das dann, okay? Oder, ne, Beut, hol ich das. Beut mit Shadow Blade, Beste. Ich verpiss mich mal. Soll ich Blinkdagger oder Degen Level 2 gehen? Arzt! Auf Arzt, okay. Ich hab da suchen, Arzt. Das Beste. Arzt. 20 Mal dürfen sie noch sterben. Scheiß drauf, Degen. Takeo, also Tuck macht ihr alles alleine da unten? Du musst fahren. Takito, ey. Ich wollte gerade Takeo sagen. Takeo. Von Black Ops. Warte mal, von wo kommt das nochmal? Takeo. Takeo? Black Ops 1, Junge? Achso? Ja klar, ich wusste doch, ich kenne den irgendwoher. Ich wollte gerade sagen, Alter. Er ist doch gespielt. Takeo. Oh, irgendwo kam der mir bekannt. Shadow, die... Jakiro haben die... Oh, 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 oh. Oh, nur ein T-Games? Oh, nur ein T-Games? Außer Nix. Wo sind die denn alle? Unten. Dann komme ich auch mal nach unten. Jetzt ist es wahrscheinlich, gehen sie alle zur Mitte. Zur Mitte, zur Titte. Nix ist hier beim Turm unten. Er kommt von unten nach oben. Oh, Sack. Sack. Oh, ich erwischt, ich erwischt eine scheiß Kopie, Kacke. Du bist ein Kacke, Mann. Oh, oh. Au, es geht nach unten ab. Soll ich kommen? Ne, lieber nicht. Äh, nö, ich glaube nicht. Mein Gott, die können mich auch nicht einmal 20 Minuten fahren lassen. Ich darf aber fahren. Das alles, weil Robert wieder nicht da unten war. Halt die Fresse, Mann. Ey, da unten ist was. Ein blaues Männchen. Chen. Chen war da. Komm her, du kleiner Stinker. Ich komme und hole dich. Ja, wer ist es fein? Ja, wer ist ein feiner kleiner? Ja, wer ist ein feiner kleiner? Ja, wer ist ein feiner, 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 feiner? Ja, Chetty, boi. Crystal. Oh my Gott. Anti-Mage. Killer. Ich sterbe eh wieder wegen nix dieser Fehlgeburt. I'll not argue. Einmal Dagen, du wirst weg. Ja, dann mach ich Schild, dann bist du weg. Ne. Ich tue, als ob ich ihn angreifen will. Täusch vor. Dann mach das Schild und dann warte ich. Ramm, bzzzt. Bzzzt, bist du weg. Let's go. Nix kann mich so übelst schnell killen, ey. Ach, komm, ich komme jetzt nach unten und nach Regeln mir. Ja, das ist wirklich. Sagt der fette Fisch. Da, ne. Ja, ne, was wollen die machen, ey. Ich hab voll viel Leben. Oh man, ey. Ich als unschuldiges kleines... Ich kann nicht so viel mehr. Ey, die haben da Woks. Oder nix ist da bei denen. Ich bin weg. Ich hab gedacht. Ultimate Robber. Also, er hat keinen Mann haben, ja. In die Rechte. Das passiert nur, wenn du umgekehrt. Ich hätte echt... Nix, die kleine Schwuchtel fehlt immer noch. Ich hab auf ihn Dagen gemacht, aber noch. Jakir. Der kann auch noch killen, hallo? Der arme Drache, ey. Ey, Leute, ich hab überlebt. Das ist heftig. Ja, du bist immer nur der fette Fisch. Ja, mach das mal nach, ey. Du bist immer nur... Du bist jetzt nicht mehr der fette. Ich bin jetzt aber schöner als du. Bist nicht mehr fett, die Buddies, ey. Warte mal, wen geht's noch fett? Oko Magier, den haben die jetzt. Wem geht's noch fett? Ich gucke mal. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Ähm, Spirit Breaker. Spirit Breaker? Du musst aufzunehmen. Die Enemies' Mittelpauern hat fallen. Was? Chargen? Spirit Breaker hat das Spiel pausiert? Ach so. Weil du musst aufpassen, das Spirit Breaker kommt angeschissen. Ich komme gleich noch angelaufen. Degen Level 3. Ey, ich mach auch kein 1-1-T, der 5-Assist... Jetzt reicht's, jetzt geh ich nur noch auf Last-Hits, ey. Oh, Regeneration! Da spricht der Carrier aus ihm heraus. Ja, lass mich mal nehmen. Nein. Ist das ein Held, Alter? Du, da kommt irgendwas angelaufen von oben. Du bleibst hier. Oh, der läuft einfach alleine zu uns zurück. Er wollte mich anschauen, hast du gesehen? Ja, ich hab ihn eingefroren, dass sie gesehen. Er wollte vorher abgebrochen. Er wollte seine Liebe gestehen. Ich will auf Blinkdagger gehen, aber dann will ich doch auf Dagger gehen. Ich glaub BKB ist gar nicht mal so schlecht. Your top power is me to the bridge. Nix lebt immer noch. Oh, Upgrade-Kurrier-Killer. Weltwunder, jetzt haben wir gewonnen, eigentlich. Ich kann dir mal Send-Rewards kaufen. Wen kriegen sie jetzt? Disruptor, pass auf. Also, ich bleib jetzt hier. Am besten, wir bleiben defensiv, oder? Ne, man, offensiv. Wir schaffen es eh nicht mehr, dir das Engine zu vernichten. Wir haben vier fette Teamfight-Ultis. Oh, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Ich lauf mal weg. Da ist nix! Hinterbiestmaster. Kill ihn! Ja, Mann! Nein! Ich bin wieder tot, oder was? Let's go! Christy Maiden, Mask of Madness, das auch. Ja, hat's aber gebracht. Mask of Madness, ey. Ey, das Klick-Set hat gerade jemand von uns platt gemacht hier. Jetzt verpisst er sich wieder. Pass auf, was ich jetzt mache. Guck dir das an, ey. Bam! Bestimmt getroffen. Glückwunsch. Jetzt hast du dich auch bestimmt getroffen. Wetten? I'll not argue. Ich hab 1800, was kaufe ich mir jetzt? Ich weiß es nicht. Egal Level 4! Oh, 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 oh! Swiftly! Du erinnerst mich ein bisschen an Dota, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Doom, ey, lass mal auf Doom. What the fuck? What the fuck? Ne, ich bin alleine. What the fuck? Arschfuck. Meep map, meep map. Dota, what the fuck? Wir haben auch nur langweilig, langweiler im Team, ne? No, kein Action. Guck mal meine Action jetzt an. Bam. Er wirft. Er schwingt seinen mächtigen Anker. Anker legen, ey. Da komm ich. Hey, die Kindheit, Roshan. Nein, Viper. Oh, die Knie. Na, I luda bitch. Das sind eigentlich schlimme Helden jetzt. Aber richtig. Sehr schlimme Helden. Das sind harte Zeiten für uns. Oh, boy. Um dich nicht mit seiner beschissenen... Klinkst es oben, das ist gut. Komm, töten, ich will kill. Ich will kill. 60 Sekunden. Ah, es fliegt einen ganzen Kühn, da. Er blickt direkt weg, ey. Schüsse. Bam. Boah, aggressive Crystal Maiden hier, ey. Ja, echt mal. So rote, pass gar nichts wie. Ich hab euch schlechten Tag gehabt. Mein Tee war viel zu warm. Oh, oh. Eisthähne. Ja, ich bin nicht mehr. Irgendwie so ruhig. Weil sie wer gedoomt wird. Zu ruhig. Wer wird denn gedoomt? To Barrow Roll. Hauptsache ich nicht. Ja, ich auch nicht. Geht mir vor, auszuliebt. Wie ist jetzt, wie ist jetzt alle Kämpfe? Klingst es bei mir. Lass, äh, all die Gänz. Bleib mal stehen und locken mal zu. Ja, ich glaube. Der ist auch so blöd. Ja, weiß ich. Oh, er hat mich genommen. Nicht wirklich. Ah, scheiß drauf, wir gehen jetzt nach oben, Tor machen, denn sie hat ein Level abgabt. Die Lutscher machen nur eh nicht mehr weiter. Ja, die Kämpfe jetzt erinnern. Ich fang mal die Creepsomen ab. Kämpfe. Das ist nicht Kämpfe, das ist, äh, taktisches Abwarten. Ich fang mal die Lutscher, ich fang mal die Lutscher. Ja, guck mal, Lunavich, nein, ich sterbe. Oh, Alter. Was ist da denn passiert, bitte? Wie soll das? Ja, du rätst auch alleine da voll zu Ende. Ja, du rätst auch alleine da voll zu Ende. Ja, du rätst mir so viel Schaden, die macht das unglaublich. Ja, wer weiß, was du bedamaged hast. Die hat gar nichts. Ja, ich hab ihn gekillt. Hat Luna, äh, Flickdecker? Nein. Das ist der Gefälligste schon mal weg. Arzt. Wer ist denn da unten? Da kommt ein Weiberbruch. Den kann man ganz kurz mal einführen. Ja, der. Seht den Loser an, ey. Mach der mir nach, ey. Ich mach der nicht nach, ich bin schlau. Oh, was ist los hier, ey? Ich bin da gegen Degong, King. Degong. 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 Guck mal, ey. Perfekter Held für Deggen, ey. Wer bist du überhaupt? Ach so, Niko. Was hab ich eigentlich für einen Counter? Erfrorene Gegner null Scheiße. Nightstalker, nein. Der Pink ist eh komisch, der Ofer von der Außerung. Nachtstalker. Der Pink liegt Stalker. Nachtstalker. Nachtstalker. Ich geh mal ein bisschen unten pushen. Ey, was ist das? Ach so. Darkness appears. Oh, die haben einen Elch bekommen. Oder ein Reh besser gesagt. Ein Bambi. Weibliche Bambi. Bambi. Ey, Nightstalker macht jetzt nicht fett Krawall. Ey. Ey. Dieser Klinks verrascht uns. So lange hier oben. Nein. Das war okay. Ich hab eh ... Niiiinein! Baaam. Du hast den Schmiedsbundbremst! Ich hab jetzt Händeschick, Yasha! Diese Scheißsonne nervt mir so gewaltig auf den Sack gerade. Die blendet mir voll ins Gesicht! Ja? Ja! Das geht nicht! Eins! Hilfe, ich hab Angst, was Klings jetzt neben mir ist. Was kommt hier jetzt? Was bekomme ich denn jetzt? Ich hätte auch gern Nekro, ganz ehrlich. Nekro macht verloren. Oh, was sehe ich denn da? Nekrofoss. Äh, erste Skill, Degen, Ulti, Tod. Ja. Soll ich auf Platz tun gehen? Ach du Scheiße. Shadow, Fian? Ich muss ja auch auf Platz tun gehen. Ja, da muss ich erst mal ein paar Seelen sammeln. Oder gehe ich auf die Serial Blade? Scheißsonne. Oder du gehst auf Orchid. Mehr Schaden. Orchid, was? Was für euch liegt? Ähm, Br-br-br-br-br-br-br-br-br-br. Ähm, Br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br. Welchalten soll ich mit dem... Welchalten soll ich mir überhaupt noch holen jetzt? Hol dir das, worauf du Lust hast. Was hole ich? Das worauf du Lust hast. Das worauf du Lust hast. Wo ich mir auch Degen. Аcht, wer machte so! May fluor... Da mei' pointed nach! und ich bin der Dägen gegen hier hat was durchgeschrieben da kommt sich da kommt um ein Gott hat das Sniper die haben sich in meinem Exil es ist wichtig ich halte mich gegen das ist auch hohe King Evolution das sind Schüsse und mit der Strasse aufmeldet ist der nicht schlecht eigentlich unten läuft was glaube ich bis auf das mann von schluss Eos hochschauen und sich die das Ding ist ja klar die Reichweite von den ersten drei skitzlichen Kopf Edo läuft was weg Tinker mit Schädel was was und die kälte ich gerne und alle kommen die Hunde an was geht da was der Kirche bei der Kirche bei der Spiegel ein paar hallo du stirbst du hast kein bett und ich bin verheiratet von der Komplizisten ballert sich weg Brauchst du Heal? Lauf weg von meinem Heal, genau. Ihr habt alle meine Seelen geklaut, ihr seid alles Reporter. Ihr habt alle Reporter vor. Ich denke, du bist... wir hören apportiert. Das ist mein Ultimate stärker, wenn ich mehr Seelen habe, ne? Ja, ja. Da muss ich erst mal sammeln. Krieger und sammle. Mann, wo sind die Stinker? Ich hoffe nicht bei mir. Doch. Warlock. Sniper, so ein gieriger Wichser. Warum? Der will direkt auf Double Damage geben. Ja, sagt der, der immer, gib mir Mana. Mana, man nimmt immer mit. Ja, Double Damage, man lieber, oder was? Nö. Achso. Nein, ich weiß nicht. Mann, klingt sehr... Oha, wir haben nur noch 20. Oben ist Stretching My Lens. Die haben nur noch neun. Piu. Alter. So, zwei Seelen brauche ich noch. Silence, silence. Würdest du mich verarschen? Wie lange bitte? Sniper hat Enchantress abgeknallt. Jetzt wurde Bambi wirklich getötet. Komm, fick dich doch. Das darf doch nicht wahr sein, bitte. Oha, scheiß Klingz, ey. Nur am Abstauben hier, ey. Und Bratmazar guckt dir das an da oben, ey. Inzug. Tire Structures are fortified. Super, your top tower is being hacked to pieces. Kein lang, schützt sich um die Stretching My Lens, spinne. Much like Axe's opinion of you. Your top tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Surprising. Oh, ihr seid ja schön am Puschen, ey. The enemy's middle barracks have fallen. Und den kriege ich jetzt? Ich sag, er bekommt, er bekommt Lone Rift. Wen bekomme ich Buraki? Sag schnell. 20 Sekunden. Ja, bei 70 Hellen auch voll einfach. Ja, mehr, über 100. Lone Rift bekommt, der ich fühl. Was das für komische Geräusche, was er da macht? Uns Geräusche mit meiner Hand. Mit deiner Hand, würde ich auch sagen. Ja, hat sein Headset am Arsch geleben. Huuu, leck' dich mal. Ey, ich gehe auf, äh... Wo ist ein Refresher-Org? Ja, guck, ich hab's nur Blühendstuff, was willst du? Wow. Sag's schon, Klappe, ja. Ha, äh. Stirb. Verrecke. Nette Leute sagen ja eigentlich Gesundheit, ne? Hä? Wann war das denn? Weiß ich nicht. Seit 1992 in Deutschland. Was ist das? Zu meiner Lehren sagte, Gesundheit mehr. Alter. Ich bin schneller als du, ne kleiner Zeus. Was willst du? Mal gucken, wer schnellste Text-Speed hat von uns. Was? Schnellste Text-Speed. Ich bin ja bei 0,41. So, von mir. Mal gucken, was kann ich mir noch und für Text-Speed, Moment, Butterfly. Wenn wir unsichtbar ist, dann sag mal Bescheid. Unsichtbar mit Nevermore-Erfolgenwissen, alles normale Menschen. Du Buraki, du bist ein hässliches Ding. Ich bin immer noch ein ganz beliebtes Pokémon. Hm. Was heißt ehrlich, Mensch, du bist Anime. Ein Manker. Manker. Obwohl es ja eigentlich Animes ja auch in Wirklichkeit gibt. Mankers. Lass die Zungen heimlich aus. Mach mir jetzt hier Bottom-Lane Attack oder was? Hm. Wie übelst defensiv die auf einmal sind, ne? Die haben nur noch sechs und elf Leben. Okay. Elf. Ja, die Leben, die die jetzt haben, ziehen ja mit. Achso. Ich mein, damit können die ausstehen. Das wird am liebsten Ulti machen und die nicht schnell schrecken. Ich weiß so lange die da, so lange die da so defensiv die Unsichtbarkeit. Oha, nice. Der will mich werfen, der Wix ein Mixer. Ich bitte lass dich, lass dich werfen, dann kann ich mich nicht auslassen. Wer mal meine Ultis wichtig für uns. Vorsicht, sie kommen. Hoffentlich. Leo, man. Jetzt hauen sie wieder ab. Schön meine Blitze machen die alles sichtbar, die kleinen Stinker. Ne, da ist jemand. Dix ist da alleine. Nix da, geht weg da. Geh weg, sonst kommen sie alle. Das ist die Scheiße. Das ist die Scheiße. Jetzt können wir uns verpissen. Alle weg, alle weg. Ich bin da weiter gelaufen, weil alle vier da ganz oben in der Basis wandern und konnte ich hier ganz normal chillig. Alter! Das geht nicht. Das sind meine Kills, ja das sind meine Kills. Hat die Frisse? Hat die Frisse? Oh mein Gott. Das ist die Scheiße. Das ist die Scheiße. Oh, ja, Creeps, Creeps, jaaa! Ah, eine Kills, 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 Kills. Die war grad da noch. Cockwork hast du gekillt. Das ist so geil, man. Was ist denn hier los? Alles voller Spinnweben? Will mal geputzt werden. Die bleiben jetzt da, ne? Das ist ganz so schwierig. Ich weiß. Die äh... Familiärs von... diesem fliegenden und toten Dingen da, die leben ja auch weiterhin. Wie Sage, genau. Wie Sage. Wie Sage. Deine Oli Visage kann ich nicht mehr ertragen. Cracki, du bist so ein kleiner Stinken. So unfair, wie wir das künstlich in die Länge ziehen. Ich will noch mal so höre und schwäscher Opfer. Ich habe mich noch mal Butterfly. Jetzt haben wir auch noch Bautier. Leck mir die Chromosomen. Leck deine Tests. Das hat sie voll komisch an, wenn du das sagst. Lauf Tiny, Lauf! Wenn Robert das sagt. Chromosomen. Was so? Leck mir die Chromosomen. Tiny Stirb. Boah! Robert ist ja auch ein Mädchen. Boah, ey. Was willst du eigentlich von mir? Du hast mich weg. Ich brauche jetzt ich mit Broters erstmal kurz das, damit ich Jagd auf diesen kleinen Zwerg. Nein, ich sterbe! Nein, ich sterbe! Und... Sniper geht ab. Ich glaube ich werde gerade verfolgt. Stand by me! Stand by me! Stand by me! Stand by me! Ach Quatsch, da hast du keiner. Du als Zeus kannst doch eh hell machen. Genau, wenn du deinen Blitz machst. Ja, woher weiß ich, dass sie neben mir stehen, bitte. Ja, du hast doch gesagt, du, ich... Du hast das Gefühl, dass dich jemand verfolgt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es wahr ist. Lass mal Roshan machen. Gleich. Ja, los! Wir hätten schon locker seit 15 Minuten ein Ende machen können. Wir hätten schon next gewonnen eigentlich, ne, ja. Obwohl, guck mal, die haben gerade richtig heftige Helden alle. Ach was, ich habe doppelt in... Zeus Ulti gleich. Aber ohne Zepter halt. Ja, wir gehen halt so lange schön fett djungeln, ne? Dann steigen sie den Alkoholiker auf. Das ist mein Team. Rock Lee haben sie. Hier Unsichtbarkeit, ne, nimm mal. Gerne. Aber lass mich nochmal diese kacke Urinsteine hier kurz mal zählen. Urinsteine, irgendwie auch. Uuuuuh! Bah! Bah! Dies ist unser Platz. Verschwinde von hier. What the fuck macht... Make you die here. Kann ich hell sehen, oder kann ich hell sehen? Habe ich eben nicht gesagt, Sniper ist ein kleiner Wichser mit der Double Damage Rune. Habe ich's gesagt? Weißt du, blinkt der gar und dann die Rune nehmen. Das ist doch mehr als geplant. Ja genau, das hat der gemacht. Reingeblinkt und dann direkt genommen. Wir hätten schon vorher reagieren müssen. Wir hätten das dem Typen extra sagen müssen. Wir hätten das dem Typen extra sagen müssen. Nehm nicht die Rune! Hier oben läuft ein kleiner Klinkz, kleiner Klinkz. Ja der macht sich doch unsichtbar dann. Das bist du nicht, ist ihn eh nicht mehr. Und der ist tot. Briggadingadingading. So, damit war's noch drei. Ich bin mal weg da, ne? Mit meinem geilen Refresher of my air. Bitches. Farm. Ja, farm... nr 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 beim so lange auf dem bei dem neunseptor oder ist sie mit mir geht es gibt nun wohl gut ich kann auch angreifen drei haben sie noch so kann man auch kann ein umherrn mit der daßlichen ein Leben an also da ist ein Schnieper oho da komm ich schnell der Drück kaputt ist alter die dire Strukturen kann nicht beheiratet warum hast du kein Desolator Report warum hast du kein Zepter warum hast du kein Zepter oh da ist ein Klangstück die Enemies Mittel Tower hat zur Render Alter bei mir leckt das weil ich zu schnell schlage Juggernaut mit Ding und durchverschauen das ist immer mehr ab da hab ich's kalt geklappt der hat mich hier nicht mal gekriegt weil ich die ganze Zeit so rumherde werde na guck einer der erste bei dem wird noch wieder belegt also bautier einfach der Rest nicht mehr voll erharten ja weg damit ja die kanten sich zu viert Komm mal eine Items für Juggernaut an Das soll ja pink war Oh, Silent Sight, dann willst du mich verarschen Gerade den Helden, den du so gemocht hast in dieser Runde Ich hätte eigentlich jetzt erstmal... Ach, egal